Snooker, Smooker, 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 Smooker! What the fuck? Hä, was? Muss ich noch was zu Honey sagen? Warum? Oh, ja, ich war so. Sie haben die große Kackleiter erzeugt? Was zum? Alter, erschreckt mich nicht so! Schrecktrolle! Wo, 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 wo! Ich hab' mein... Ich hab' mein Eisen! Ich hab' nen Katana! Ich hab' mein Eisen, wie schon gesagt! Boah, nicht auf mich, Junge! Derp! Oh! 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 Yolo! Yolo! Eisen! Oh! Scheiße! Hunter! Wo? Der war doch grad auch hier! Ich hab' nicht gesehen! Ich hab' nicht gesehen! Du! Sorry! Ducky, 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 Ducky! What the fuck? Ähm, Leute! Was? Ist es normal, dass Zombies, äh, Medikips fallen lassen? Ja! Hin und wieder, ja! Ich muss zu kurz heilen, warte kurz! Mit rein, dass ich leben und so! Rochelle, heimlich! Das sind mit Medikips geklaut! Danke sehr! Danke! Vielen Dank! Für den Molotov! Was ist denn das da oben? Unten! Oh, Kotze! Für dich extra! Ich hab'n Molotov dabei! Reicht mal aus! Ich hab' immer noch mal ne Pipe um! Honey! Willst du'n Schluck? Okay, das Geräusch gefällt mir nicht! Autsch! Immer noch! Litter! Immer noch! What the fuck? Sag's doch irgendwas mit Gordon Freeman! Hatten wir Gordon Freeman erwähnt? Nein! Ich hab' noch einen Gordon Freeman! Vorher! Oh, ich bin kaputt! Hold up, come in, please! Ich hab' mir ja Schlellung so lang! Mein Leben, ey! Ich hab' noch so viel gehabt! 82! Wie die Typen einfach Insta wechseln, wenn man sie abbringt! Smoker, 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 Smoker! What the fuck? Der war mitten unter uns! Hallo? Und du? Wo? AK! 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 Wettet! Die AK! AK! Ich hab' keine Waffe! Wow! Tank! Der kommt jetzt zu euch hoch! Wow! 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 Wollt ihr gleich das was? Wollt ihr mal hier abmachen? Ich kann das nicht auf meine Weise! Gib mir ein paar Hilfe! Befehl! Verhaltet geholfen. Äh... Warte, wir kommen nicht zu Gutes geht holen, soweit das Feuer weg ist. Eben. Es sind ernsthaft. Es sind drei Durchgänge. Alle drei sind blockiert. Durch Feuer. Ja, weil... Sag mal, wie du übertreiben kannst. Ich nenne das nicht übertreiben. Kommt ihr noch hoch wieder? Nein. Ich schau mich jetzt hoch. Oh, da habe ich echt Glück. Moment. Wollte ich noch mal neue AK-Munition? Ich habe meinst einfach schön Feuer aufgefüllt. Alter, ich habe die AK. Hier ist ein Medi-Kit, wer will. Medi-Kit? Wo? Hier. Wo hier? Hey, Honey. Hier in der Bar. Ah, danke. Brauchst du? Ich habe ihn hier. Du hast einen Shotgun. Okay, hier. Oh, oh. Okay, jetzt bin ich zurück. Hier ist neuer Molotow. Ich vertraue dem Frieden hier nicht. Incoming. Okay, man kann auch übertreiben, bitte. mit den Pistolen. Aber das Geld würde ich gerne mitnehmen. Moment, ihm ist kurz vor Schäger. Ich helfe, so weit es geht. Hilfe! Ich komme schon runter. Oh, hier ist sie nochmal! Huhuhuhu, now this is a big gun. Hade mich auch. Oh, Alter Honey! Ich bin Rambo. Er hat die AN60 gefunden. Super. Yep. Leider? das ist ja auch mit der ich habe und diese Menge Montos das heißt das ist ein Monotow werfen Leute raten mal was gerade gekommen ist AK Munition und Molotow was haben wir hier in der Kiste noch mehr Molotow Aki Juhu hier drüben noch mehr Molotow für dich ich höre noch irgendwo ein Zombie wo ist der Zombie ich höre noch irgendwo ein Smoker oh hier ist ein Jagdgewehr gefunden wo da drüben ja bei mir rochelle ist runtergefallen von einem Smoker runter geschossen worden ich versuch's jetzt jetzt ich irgendwie auch ey wie kommt man da runter oder höre ich muss runter gehen dafür kack nicht gut ja ich habe ihn erwischt operated ich höre noch eine neue Beziehung glaube ich nicht schön ach noch mehr so wie kommt man jetzt hoch? keine Ahnung wait please ich gucke kurz nach ich sehe hier eine Tür Acker Witch, Witch, Vorsicht ist eine Witch irgendwo denn hier oder? noch ein Masturbator schon wieder? Ernsthaft? Erdentalent nein die wollen die oh hier ist ein Sniper Rifle Moment äh ja hier oben ist ein Sniper Rifle, kommst du irgendwo noch hoch? nein ja für einigen wollte ich eigentlich fragen weil er merkt schafft es, probiere uns ich hab's nicht ach als Hauptwaffe mhm als Hauptwaffe ne? ok hab's wo Rochelle ok wo ist jetzt mit dem Medikator? mir vor dir wo ist jetzt mit dem Medikator hin gerannt? hehehe hab es hier ist ein Sniper Rifle übrigens noch falls ihr euch interessiert habt noch hab ich 43 Schuss hm ok hier lebt noch was wo lebt hier noch was? Toilette was zur Hölle? die Toilette ist hier zugegangen ah hier war noch ein Smoker Tefe ohne gebummert schmallend kann man hier oben rein? nein da ist es brennt ähm da wo es brennt bin sind wir gerade nein da war Brett da war ein Jockey noch der an die Tür vorbeigeknallt ist der ist hier gelandet gewesen beim Sprung mitten in mein Schussfeld du schießt du schießt ich schieße und wer hat es bekommen? ich hab keine Ahnung so letzten Schuss noch verbrauchen wo bleibt denn Rochelle? genau zünd dich an du Spezi what the fuck? das sieht ja geil aus wenn man auf crack ist auf crack? sag ich doch crack nicht du schon wieder bitteschön danke sehr Spaßbremse ja das wollte ich auch schon reloading das ist ja das ist ja was ist ja das ist ja ja das ist ja dass mir das slow motion war eben gerade 1 halb ist war doch schnell jetzt verdient was meinst du warum ich das Zeug aufnehmen? Ah scheiße So Selber gib mir Feuerschutz Oder Honey Mir scheiß egal irgendwer Das sind ich Feuerschutz Ich hab eine große Menge Der Zombies gekillt eben Charger Und es kommen die nächsten Oh sorry Sorry Rochelle Für 10 von Rochelle hat fast kein Leben Was? Rochelle hat fast kein Leben Die ist fast wieder vollgeheilt Das hat ihr ein Willkir zu geben Ex Smoker Gentleman nennt mich Gordon Freeman Da und ich bin Samper Smoker Face Versteiger Was wo? Oh du hast Helm Oh Brandpump Nice Firebullets Hi Pump Hier ist irgendwo ein Oh Pipon Hey Umer Kotze Ich höre ein Witch krein Lichter aus hier ist irgendwo ein Witch Wo 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 Cyber, Honey, Lichter aus Ich hab aus Das wird gut sein Geronimo Und wo ist sie? Hier ist sie direkt hier Wo? Da ist sie Das rote Ding da Weg von ihr Weg von ihr Weg von ihr Echt hygienisch Ah da ist die Treppe Alter Oh 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 Rochelle hat die Witch aufgestreckt Ernsthaft? Äh Leute? Rochelle ist schuld Nur 10 Ich bin am Boden Wisst ihr was? Wenn ich sterbe Tut ihr es auch Nein Alter ich würde hier gerade Hochklettern Oh ja Was? Das ist übrigens noch ähhhhh Ein bisschen Feuer Rochelle kommst du? Ey! Rochelle folgt nicht Ah jetzt doch Okay Hier ist ein Medi-Pack Medi-Pack für Rochelle bitte Guck, 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 Guck Schon wieder Keiner will rüber Komm Rochelle Trau dich Trau dich Schubsraum Wow Scheiße Ich glaube er wollte ich ins Feuer schmeißen extra Oh, Muni Just hang on Oops Und don't waste this by getting pounced on or something Moment, warte Bevor ihr das macht Äh, ich will das kurz machen, sich das halber Was? Oh Hier rüber Feuer Muni Ich ahne irgendwie, dass es lustig sein könnte, wenn man auf der anderen Seite ist Er will also Feuer Muni haben Hier ist Feuer Muni Und? Ich ahne irgendwie, dass da was kommen wird noch Ich hab ihn, Mann Go, go, go Ernsthaft Jo Ernsthaft Hier ist Feuer Muni Hier ist Feuer Muni Salber hinter dir Feuer Muni Immer weiter Wollen wir laufen? Ich würde sagen ja Ja Charger Der Der Warne Fick Charter Hau mir nicht ins Gesicht, Charter Not like that Ah Ach Kleine Nachwärm Kuma Ja Ich sehe es Ich kann auch grad nicht nur kurz rangehen, weil Kommt doch Heute sind sie sich ja gut der der er das ist auch ausrufe zeichnen müssen der von daher hoch 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 ich bin dann nicht der Schütze der Welt Da hat er mit einem Medikid gekillt, den Zombie. Mit einem Medikid. Rennen, 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 rennen!